hallo und willkommen bei watch maxs uhrenvideos mein name ist axel und ich freue mich dass du wieder rein geklickt hast ja ich habe eine neue variante eine neue möglichkeit eine neue technische erweiterung meine videos zu schneiden und das wollte ich unbedingt ausprobieren und da kam es mir gerade recht dass der flo flomp 89 watches and more der florian mich angerufen hat und gesagt hat du ich habe bei mir ein gewinnspiel auf dem kanal kannst du da nicht deine community darüber informieren denn es lohnt sich wirklich und das habe ich sehr gerne gemacht weil ich genau diese kameraeinstellungen und diese sachen hier einmal ausprobieren wollte wie gut das im schnitt funktioniert ob das wirklich eine erleichterung ist und deswegen zeige ich euch jetzt was ihr gewinnen könnt ja ich habe also hier meine kamera und jetzt schwenke ich hier auf mein ipad und da könnt ihr sehen was der flo verlost und zwar geht es dabei darum dass der flo 5000 abos anpeilt er hat dann noch wenige 100 offen und es gibt drei preise der erste ist die tiso prx finde ich absolut klasse alle preise übrigens vom flo selber gekauft nichts gesponsort keine kooperation oder sonst irgendwas er hat dann selber in die tasche gegriffen um seiner community diese preise zu ermöglichen und die prx ist natürlich eine richtig klasse uhr wenn wir uns hier in die beschreibung reinschauen 40 mm im durchmesser 12 12 mm band anstoß der proprietärer band anstoß finde ich schon wieder schade aber dafür hat man ein tolles stahlband dabei 10 war wasserdicht mit einem quarts werk verbaut also wer eine quarts allergie hat sollte vielleicht die finger davon lassen rein von der optik her aber richtig was tolles als zweiten preis gibt es ein buch zu gewinnen ebenfalls vom flo selber getaucht gekauft und als dritten preis ein hoodie aus seinem merch aus seinen eigenen mit flomp gebrandeten produkten ich finde es klasse ich gönne es ihm von herzen soll er die 5000 abos so schnell wie möglich bekommen damit er das geld ausgeben muss und einer der glücklichen gewinner dann diese uhr das buch oder das hoodie bekommt ja das war also mein zwei fliegen mit einer klappe geschlagen video einmal den schnitt ausprobieren die verschiedenen kamera perspektiven und natürlich euch sagen beim flo gibt es was zu gewinnen in diesem sinne bleibt gesund er freut euch an euren uhren tschüss euer axel